Sigmund Freud Die Traumdeutung In ausgewählten Partien Gekürzte Fassung Gelesen von Volker Braumer Gleich hörst du hier den ersten und den zweiten Teil aus der gekürzten Fassung von Sigmund Freuds Traumdeutung. Doch vorweg noch einige wenige Worte zum Hörbuch selbst. So epochal die Traumdeutung, so umfangreich ist sie auch. Auf über 700 Seiten führt uns Sigmund Freud in die Mechanismen der Traumarbeit und die Art ihrer psychologischen Deutung ein. Der Hörbuchsprecher Volker Braumann liest in diesem Hörbuch in ausgewählten Partien die wichtigsten und erkenntnisreichsten Passagen dieses Mammutwerkes, wobei neben Freuds fundamentalen wissenschaftlichen Einsichten natürlich auch dessen eigene im Buch aufgenommene und gedeutete Träume nicht fehlen dürfen. So finden sich in dem Hörbuch neben den theoretischen Grundlagen zur Traumbildung und den vier wesentlichen Mechanismen der Traumarbeit zusätzlich auch komplett die wohl zwei berühmtesten Träume von Freud. Der Traum von Irmers Injektion und der Traum von der botanischen Monographie. Aber auch Freuds psychologische Schlussfolgerungen bis hin zur Theorie der Verdrängung und der Annahme eines psychischen Apparates kommen nicht zu kurz, sodass diese gekürzte Fassung alles das enthält, was die Traumdeutung bis heute zu einer Zäsur in der Psychologie macht und ihren Verfasser zu einem der großen Wissenschaftler und Denker des 20. Jahrhunderts. Und nun aber viel Spaß beim Hören des ersten und des zweiten Teils dieser Traumdeutung in ausgewählten Partien. Hier übrigens mit enthalten der Traum von Irmers Injektion und natürlich auch Freuds eigene Analyse dazu. Erster Teil Die wissenschaftliche Literatur der Traumprobleme Auf den folgenden Blättern werde ich den Nachweis erbringen, dass es eine psychologische Technik gibt, welche gestattet, Träume zu deuten und dass bei Anwendung dieses Verfahrens jeder Traum sich als ein sinnvolles, psychisches Gebilde herausstellt, welches an angebbarer Stelle in das seelische Treiben des Wachens einzureihen ist. Ich werde ferner versuchen, die Vorgänge klarzulegen, von denen die Fremdartigkeit und Unkenntlichkeit des Traums herrührt und aus ihnen einen Rückschluss auf die Natur der psychischen Kräfte ziehen, aus deren Zusammen- und Gegeneinanderwirken der Traum hervorgeht. So weit gelangt, wird meine Darstellung abbrechen, denn sie wird den Punkt erreicht haben, wo das Problem des Träumens in umfassendere Probleme einmündet, deren Lösung an anderem Material in Angriff genommen werden muss. Eine Übersicht über die Leistungen früherer Autoren sowie über den gegenwärtigen Stand der Traumprobleme in der Wissenschaft stelle ich voran, weil ich im Verlaufe der Abhandlung nicht häufig Anlass haben werde, darauf zurückzukommen. Das wissenschaftliche Verständnis des Traumes ist nämlich trotz mehrtausendjähriger Bemühung sehr wenig weit gediehen. Dies wird von den Autoren so allgemein zugegeben, dass es überflüssig scheint, einzelne Stimmen anzuführen. Eine Geschichte unserer wissenschaftlichen Erkenntnis der Traumprobleme zu schreiben, ist darum so schwer, weil in dieser Erkenntnis, so wertvoll sie an einzelnen Stellen geworden sein mag, ein Fortschritt längs gewisser Richtungen nicht zu bemerken ist. Es ist nicht zur Bildung eines Unterbaus von gesicherten Resultaten gekommen, auf dem dann ein nächstfolgender Forscher weitergebaut hätte, sondern jeder neue Autor fasst die nämlichen Probleme von Neuem und wie vom Ursprung her wieder an. Dagegen zeigt sich in den jüngsten Arbeiten das Bestreben, das Thema eingeschränkt zu halten und etwa eine einzelne Frage aus dem Gebiet des Traumlebens zum Gegenstande zu nehmen. In dieser Veränderung möchte ich einen Ausdruck der Überzeugung sehen, dass in so dunklen Dingen Aufklärung und Übereinstimmung nur durch eine Reihe von Detailuntersuchungen zu erzielen sein dürften. Nichts anderes als eine solche Detailuntersuchung und zwar speziell psychologischer Natur kann ich hier bieten. Die psychologischen Besonderheiten Wir gehen in der wissenschaftlichen Betrachtung des Traumes von der Annahme aus, dass der Traum ein Ergebnis unserer eigenen Seelentätigkeit ist. Doch erscheint uns der fertige Traum als etwas Fremdes, zu dessen Urheberschaft zu bekennen, es uns so wenig drängt, dass wir ebenso gerne sagen, mir hat geträumt oder wir sagen, ich habe geträumt. Woher rührt also diese Seelenfremdheit des Traums? Nach unseren Erörterungen über die Traumquellen sollten wir meinen, sie sei nicht durch das Material bedingt, das in den Trauminhalt gelangt. Dies ist ja zum größten Teile dem Traumleben wie dem Wachleben gemeinsam. Man kann sich fragen, ob es nicht Abänderungen der psychischen Vorgänge im Traume sind, welche diesen Eindruck hervorrufen, und kann so eine psychologische Charakteristik des Traumes versuchen. Es ist mit Recht bemerkt worden, dass eine der Haupteigentümlichkeiten des Traumlebens schon im Zustand des Einschlafens auftritt und als den Schlaf einleitendes Phänomen zu bezeichnen ist. Das Charakteristische des wachen Zustandes ist nach Schleiermacher, dass die Denktätigkeit in Begriffen und nicht in Bildern vor sich geht. Nun denkt der Traum hauptsächlich in Bildern. Und man kann beobachten, dass mit der Annäherung an den Schlaf in demselben Maße, in dem die gewollten Tätigkeiten sich erschwert zeigen, ungewollte Vorstellungen hervortreten, die alle in die Klasse der Bilder gehören. Die Unfähigkeit zu solcher Vorstellungsarbeit, die wir als absichtlich gewollte empfinden und das mit dieser Zerstreuung regelmäßig verknüpfte hervortreten von Bildern, nun dies sind zwei Charaktere, die dem Traum verbleiben und die wir bei der psychologischen Analyse desselben als wesentliche Charaktere des Traumlebens anerkennen müssen. Der Traum denkt also vorwiegend in visuellen Bildern. Aber doch nicht ausschließlich. Er arbeitet auch mit Gehörsbildern und in geringerem Ausmaße mit den Eindrücken der anderen Sinne. Vieles wird auch im Traum einfach gedacht oder vorgestellt, wahrscheinlich also durch Wortvorstellungsreste vertreten, ganz wie sonst im Wachen. Charakteristisch für den Traum sind aber doch nur jene Inhaltselemente, welche sich wie Bilder verhalten. Das heißt, den Wahrnehmungen ähnlicher sind als den Erinnerungsvorstellungen. Mit Hinwegsetzung über alle die dem Psychiater wohlbekannten Diskussionen über das Wesen der Halluzinationen können wir mit allen sachkundigen Autoren aussagen, dass der Traum halluziniert, dass er Gedanken durch Halluzinationen ersetzt. In dieser Hinsicht besteht kein Unterschied zwischen visuellen und akustischen Vorstellungen. Die Verwandlung der Vorstellung in Halluzination ist nicht die einzige Abweichung des Traumes von einem etwa ihm entsprechenden Wachgedanken. Aus diesen Bildern gestaltet der Traum eine Situation. Er stellt etwas als gegenwärtig dar. Er dramatisiert eine Idee, wie Spitter sich ausdrückt. Die Charakteristik dieser Seite des Traumlebens wird aber erst vollständig, wenn man hinzunimmt, dass man beim Träumen – in der Regel – die Ausnahmen fordern eine besondere Aufklärung – nicht zu denken, sondern zu erleben vermeint, die Halluzinationen also mit vollem Glauben aufnimmt. Die Kritik, man habe nichts erlebt, sondern nur in eigentümlicher Form gedacht, geträumt, regt sich erst beim Erwachen. Dieser Charakter scheidet den echten Schlaftraum von der Tagträumerei, die niemals mit der Realität verwechselt wird. Wir haben gehört, dass schon das Einschlafen den Verzicht auf eine der seelischen Tätigkeiten, nämlich auf die willkürliche Leitung des Vorstellungsablaufs mit sich bringt. Es wird uns so die ohne dies naheliegende Vermutung aufgedrängt, dass der Schlafzustand sich auch über die seelischen Verrichtungen erstrecken möge. Die eine oder andere dieser Verrichtungen wird etwa ganz aufgehoben. Ob die übrigbleibenden ungestört weiterarbeiten, ob sie unter solchen Umständen normale Arbeit leisten können, kommt jetzt in Frage. Der Gesichtspunkt taucht auf, dass man die Eigentümlichkeiten des Traumes erklären könne durch die psychische Minderleistung im Schlafzustande. Und nun kommt der Eindruck, den der Traum unseren wachen Urteil macht, einer solchen Auffassung entgegen. Der Traum ist unzusammenhängend. Vereinigt ohne Anstoß die ärgsten Widersprüche. Lässt Unmöglichkeiten zu. Lässt unser bei Tag einflussreiches Wissen beiseite. Zeigt uns ethisch und moralisch stumpfsinnig. Wer sich im Wachen so benehmen würde, wie es der Traum in seinen Situationen vorführt, den würden wir für wahnsinnig halten. Wer im Wachen so spräche oder solche Dinge mitteilen wollte, wie sie im Trauminhalt vorkommen, der würde uns den Eindruck eines Verworrenen oder eines Schwachsündigen machen. Somit glauben wir nur dem Tatbestand Worte zu leihen, wenn wir die psychische Tätigkeit im Traum nur sehr gering anschlagen und insbesondere die höheren intellektuellen Leistungen als im Traum aufgehoben oder wenigstens schwer geschädigt erklären. Die Skala der Würdigung des Traumes als psychisches Produkt hat in der Literatur einen großen Umfang. Sie reicht von der tiefsten Geringschätzung, deren Ausdruck wir kennengelernt haben, durch die Ahnung eines noch nicht enthüllten Wertes bis zur Überschätzung, die den Traum weit über die Leistungen des Wachlebens stellt. Man darf sich fragen, haben die einen die blödsinnigen Träume, die anderen die tiefsinnigen und feinsinnigen übersehen? Und wenn beiderlei vorkommt, Träume, die solche und die jene Beurteilung verdienen, scheint es doch nicht müßig, nach einer psychologischen Charakteristik des Traumes zu suchen? Genügt es nicht zu sagen, im Traum sei alles möglich, von der tiefsten Herabsetzung des Seelenlebens bis zu einer im Wachen ungewohnten Steigerung desselben? So bequem diese Lösung wäre, sie hat dies eine gegen sich, nämlich, dass den Bestrebungen aller Traumforscher die Voraussetzung zugrunde zu liegen scheint, es gäbe eine Seuche in ihren wesentlichen Zügen allgemeingültige Charakteristik des Traumes, welche über jene Widersprüche hinweg helfen müsste. Teil 2 Die Methode der Traumdeutung Die Analyse eines Traummusters Die Überschrift, die ich meiner Abhandlung gegeben habe, lässt erkennen, an welche Tradition in der Auffassung der Träume ich anknüpfen möchte. Ich habe mir vorgesetzt, zu zeigen, dass Träume einer Deutung fähig sind und Beiträge zur Klärung der eben behandelten Traumprobleme werden sich mir nur als etwaiger Nebengewinn bei der Erledigung meiner eigentlichen Aufgabe ergeben können. Mit der Voraussetzung, dass Träume deutbar sind, trete ich sofort in Widerspruch zu der herrschenden Traumlehre, ja, zu allen Traumtheorien, mit Ausnahme der Schernerschen, denn einen Traumdeuten heißt seinen Sinn angeben, ihn durch etwas ersetzen, was sich als vollwichtiges, gleichwertiges Glied in die Verkettung unserer seelischen Aktionen einfügt. Wie wir erfahren haben, lassen aber die wissenschaftlichen Theorien des Traumes für ein Problem der Traumdeutung keinen Raum, denn der Traum ist für sie überhaupt kein seelischer Akt, sondern ein somatischer Vorgang, der sich durch Zeichen am seelischen Apparat kundgibt. Anders hat sich zu allen Zeiten die Laienmeinung benommen. Sie bedient sich ihres guten Rechts inkonsequent zu verfahren, und obwohl sie zugesteht, der Traum sei unverständlich und absurd, kann sie sich doch nicht entschließen, dem Traume jede Bedeutung abzusprechen. Von einer dunklen Ahnung geleitet, scheint sie doch anzunehmen, der Traum habe einen Sinn, wie wohl einen verborgenen. Er sei zum Ersatze eines anderen Denkvorganges bestimmt, und es handle sich nur darum, diesen Ersatz in richtiger Weise aufzudecken, um zur verborgenen Bedeutung des Traumes zu gelangen. Seit Jahren beschäftige ich mich mit der Auflösung gewisser psychopathologischer Gebilde, der hysterischen Phobien, der Zwangsvorstellungen und anderer in therapeutischer Absicht. Seitdem ich nämlich aus einer bedeutsamen Mitteilung von Josef Breuer weiß, dass für diese als Krankheitssymptome empfundenen Bildungen Auflösung und Lösung in eines zusammenfällt. Hat man eine solche pathologische Vorstellung auf die Elemente zurückführen können, aus denen sie im Seelenleben des Kranken hervorgegangen ist, so ist diese auch zerfallen, der Kranke von ihr befreit. Bei der Ohnmacht unserer sonstigen therapeutischen Bestrebungen und angesichts der Rätselhaftigkeit dieser Zustände erschien es mir verlockend, auf dem von Breuer eingeschlagenen Wege trotz aller Schwierigkeiten bis zur vollen Aufklärung vorzudringen. Wie sich die Technik des Verfahrens schließlich gestaltet hat und welches die Ergebnisse der Bemühungen gewesen sind, darüber werde ich ein anderes Mal ausführlich Bericht zu erstatten haben. Im Verlaufe dieser psychoanalytischen Studien geriet ich auf die Traumdeutung. Die Patienten, die ich verpflichtet hatte, mir alle Einfälle und Gedanken mitzuteilen, die sich ihnen zu einem bestimmten Thema aufdrängten, erzählten mir ihre Träume und lehrten mich so, dass ein Traum in die psychische Verkettung eingeschoben sein kann, die von einer pathologischen Idee her nach rückwärts in der Erinnerung zu verfolgen ist. Es lag nun nahe, den Traum selbst wie ein Symptom zu behandeln und die für letztere ausgearbeitete Methode der Deutung auf ihn anzuwenden. Dazu bedarf es nun einer gewissen psychischen Vorbereitung des Kranken. Man strebt zweierlei bei ihm an. Eine Steigerung seiner Aufmerksamkeit für seine psychischen Wahrnehmungen und eine Ausschaltung der Kritik, mit der er die ihm auftauchenden Gedanken sonst zu Sichten pflegt. Zum Zwecke seiner Selbstbeobachtung mit gesammelter Aufmerksamkeit ist es vorteilhaft, dass er eine ruhige Lage einnimmt und die Augen schließt. Den Verzicht auf die Kritik der wahrgenommenen Gedankenbildungen muss man ihm ausdrücklich auferlegen. Man sagt ihm also, der Erfolg der Psychoanalyse hänge davon ab, dass er alles beachtet und mitteilt, was ihm durch den Sinn geht. Und nicht etwa sich verleiten lässt, den einen Einfall zu unterdrücken, weil er ihm unwichtig oder nicht zum Thema gehörig, den anderen, weil er ihm unsinnig erscheint. Er müsse sich völlig unparteiisch gegen seine Einfälle verhalten. Denn gerade an der Kritik läge es, wenn es ihm sonst nicht gelinge, die gesuchte Auflösung des Traums, der Zwangsidee und dergleichen zu finden. Bei den psychoanalytischen Arbeiten habe ich gemerkt, dass die psychische Verfassung des Mannes, welcher nachdenkt, eine ganz andere ist als desjenigen, welcher seine psychischen Vorgänge beobachtet. Beim Nachdenken tritt eine psychische Aktion mehr ins Spiel als bei der aufmerksamsten Selbstbeobachtung, wie es auch die gespannte Mine und die in Falten gezogene Stirne erweist. In beiden Fällen muss eine Sammlung der Aufmerksamkeit vorhanden sein. Aber der Nachdenkende übt außerdem eine Kritik aus, infolge deren er einen Teil der ihm aufsteigenden Einfälle verwirft, nachdem er sie wahrgenommen hat, andere kurz abbricht, sodass er den Gedankenwegen nicht folgt, welche sie eröffnen würden. Und gegen noch andere Gedanken weiß er sich so zu benehmen, dass sie überhaupt nicht bewusst, also vor ihrer Wahrnehmung unterdrückt werden. Der Selbstbeobachter hingegen hat nur die Mühe, die Kritik zu unterdrücken. Gelingt ihm dies, so kommt ihm eine Unzahl von Einfällen zum Bewusstsein, die sonst unfassbar geblieben wären. Mithilfe dieses für die Selbstwahrnehmung neu gewonnenen Materials lässt sich die Deutung der pathologischen Ideen sowie der Traumgebilde vollziehen. Wie man sieht, handelt es sich darum, einen psychischen Zustand herzustellen, der mit dem vor dem Einschlafen und sicherlich auch mit dem Hypnotischen eine gewisse Analogie in der Verteilung der psychischen Energie, der beweglichen Aufmerksamkeit gemein hat. Beim Einschlafen treten die ungewollten Vorstellungen hervor durch den Nachlass einer gewissen willkürlichen und gewiss auch kritischen Aktion, die wir auf den Ablauf unserer Vorstellungen einwirken lassen. Als den Grund dieses Nachlasses pflegen wir, Ermüdung anzugeben. Die auftauchenden ungewollten Vorstellungen verwandeln sich in visuelle und akustische Bilder. Bei dem Zustand, den man zur Analyse der Träume und pathologischen Ideen benutzt, verzichtet man absichtlich und willkürlich auf jene Aktivität und verwendet die ersparte psychische Energie oder ein Stück derselben zur aufmerksamen Verfolgung der jetzt auftauchenden ungewollten Gedanken, die ihren Charakter als Vorstellungen – die ungewollten Vorstellungen zu gewollten Die hier geforderte Einstellung auf anscheinend freisteigende Einfälle mit Verzicht auf die sonst gegen diese geübte Kritik scheint manchen Personen nicht leicht zu werden. Die ungewollten Gedanken pflegen den heftigsten Widerstand, der sie am Auftauchen hindern will, zu entfesseln. Wenn wir aber unseren großen Dichterphilosophen Friedrich Schiller Glauben schenken, muss eine ganz ähnliche Einstellung auch die Bedingung der dichterischen Produktion enthalten. An einer Stelle seines Briefwechsels mit Körner, deren Aufspürung Otto Rank zu danken ist, antwortet Schiller auf die Klage seines Freundes über seine mangelnde Produktivität, der Grund, deiner Klage liegt, wie mir scheint, in dem Zwangel, den dein Verstand deiner Imagination auferlegt. Ich muss hier einen Gedanken hinwerfen und ihn durch ein Gleichnis versinnlichen. Es scheint nicht gut und dem Schöpfungswerke der Seele nachteilig zu sein, wenn der Verstand die zuströmenden Ideen gleichsam an den Toren schon zu scharf mustert. Eine Idee kann, isoliert betrachtet, sehr unbeträchtlich und sehr abenteuerlich sein. Aber vielleicht wird sie durch eine, die nach ihr kommt, wichtig. Vielleicht kann sie in einer gewissen Verbindung mit anderen, die vielleicht ebenso abgeschmackt scheinen, ein sehr zweckmäßiges Glied abgeben. Alles das kann der Verstand nicht beurteilen, wenn er sie nicht so lange festhält, bis er sie in Verbindung mit diesen anderen angeschaut hat. Bei einem schöpferischen Kopf hingegen durcht mir, hat der Verstand seine Wache von den Toren zurückgezogen. Die Ideen stürzen pellmell herein. Und als dann erst übersieht und mustert er den großen Haufen. Ihr Herrn Kritiker und wie ihr euch auch sonst nennt, schämt oder fürchtet euch vor dem augenblicklichen, vorübergehenden Wahnwitze, der sich bei allen eigenen Schöpfern findet und dessen längere oder kürzere Dauer den denkenden Künstler von dem Träumer unterscheidet. Daher eure Klagen der Unfruchtbarkeit, weil ihr zu früh verwerft und zu strenge sondert. Und doch ist ein solches Zurückziehen der Wache von den Toren des Verstandes, wie Schiller es nennt, ein derartiges sich in den Zustand der kritiklosen Selbstbeobachtung versetzen, keineswegs schwer. Die meisten meiner Patienten bringen es nach der ersten Unterweisung zustande. Ich selbst kann es sehr vollkommen, wenn ich mich dabei durch Niederschreiben meiner Einfälle unterstütze. Der Betrag von psychischer Energie, um dem man so die kritische Tätigkeit herabsetzt und mit welchem man die Intensität der Selbstbeobachtung erhöhen kann, schwankt erheblich, je nach dem Thema, welches von der Aufmerksamkeit fixiert werden soll. Der erste Schritt bei der Anwendung dieses Verfahrens lehrt 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 dass man nicht den Traum als Ganzes sondern nur die einzelnen Teilstücke seines Inhalts zum Objekt der Aufmerksamkeit machen darf. Frage ich den noch nicht eingeübten Patienten was fällt ihnen zu diesem Traum ein so weiß er in der Regel nichts in seinem geistigen Blickfelde zu erfassen. Ich muss ihm den Traum zerstückt vorlegen. Dann liefert er mir zu jedem Stück eine Reihe von Einfällen die man als die Hintergedanken dieser Traumpartie bezeichnen kann. In dieser ersten wichtigen Bedingung weicht also die von mir geübte Methode der Traumdeutung bereits von der populären historisch und sagenhaft berühmte Methode der Deutung durch Symbolik ab und nährt sich der Zweiten der Chiffrier Methode. Sie ist wie diese eine Deutung en Detail nicht en masse wie diese fasst sie den Traum von vorne herein als etwas zusammengesetztes als ein Konglomerat von psychischen Bildungen auf. Im Verlaufe meiner Psychoanalysen bei Neurotikern habe ich wohl bereits über tausend Träume zur Deutung gebracht. Aber dieses Material möchte ich hier nicht zur Einführung in die Technik und Lehre der Traumdeutung verwenden. Ganz abgesehen davon, dass ich mich dem Einwand aussetzen würde, es seien ja die Träume von Neuropaten, die einen Rückschluss auf die Träume gesunder Menschen nicht gestatten, nötigt mich ein anderer Grund zu deren Verwerfung. Das Thema, auf welches diese Träume zielen, ist natürlich immer die Krankheitsgeschichte, welche der Neurose zugrunde liegt. Hierdurch würde für jeden Traum ein überlanger Vorbericht und ein Eindringen in das Wesen und die äthiologischen Bedingungen der Psychoneurosen erforderlich. Dinge, die an und für sich neu und im höchsten Grade befremdlich sind und so die Aufmerksamkeit vom Traumproblem ablenken würden. Meine Absicht geht vielmehr dahin, in der Traumauflösung eine Vorarbeit für die Erschließung der schwierigeren Probleme der Neurosen Psychologie zu schaffen. Verzichte ich aber auf die Träume der Neurotiker, mein Hauptmaterial, so darf ich gegen den Rest nicht allzu wählerisch verfahren. Es bleiben nur noch jene Träume, die mir gelegentlich von gesunden Personen meiner Bekanntschaft erzählt worden sind oder die ich als Beispiele in der Literatur über das Traumleben verzeichnet finde. Leider geht mir bei all diesen Träumen die Analyse ab, ohne welche ich den Sinn des Traumes nicht finden kann. Mein Verfahren ist ja nicht so bequem wie das der populären Chiffier Schiffier Schiffier Methode, welche den gegebenen Trauminhalt nach einem fixierten Schlüssel übersetzt. Ich bin vielmehr gefasst darauf, dass derselbe Trauminhalt bei verschiedenen Personen und in verschiedenem Zusammenhang auch einen anderen Sinn verbergen mag. Somit bin ich auf meine eigenen Träume angewiesen, als auf ein reichliches und bequemes Material, das von einer ungefähr normalen Person herrührt und sich auf mannigfache Anlässe des täglichen Lebens bezieht. Man wird mir sicherlich Zweifel in die Verlässlichkeit solcher Selbstanalysen entgegensetzen. Die Willkür sei dabei keineswegs ausgeschlossen. Nach meinem Urteil liegen die Verhältnisse bei der Selbstbeobachtung eher günstiger als bei der Beobachtung anderer. Jedenfalls darf man versuchen, wie weit man in der Traumdeutung mit der Selbstanalyse reicht. Andere Schwierigkeiten habe ich in meinem eigenen Inneren zu überwinden. Man hat eine begreifliche Scheu, so viel Intimes aus seinem Seelenleben preiszugeben, weiß ich dabei auch nicht gesichert vor der Missdeutung der Fremden. Aber darüber muss man sich hinaussetzen können. Und auch beim Leser darf ich annehmen, wird das anfängliche Interesse an den Indiskretionen, die ich begehen muss, sehr bald der ausschließlichen Vertiefung in die hierdurch beleuchteten psychologischen Probleme Platz machen. Ich werde also einen meiner eigenen Träume hervorsuchen und an ihm meine Deutungsweise erläutern. Jeder solche Traum macht einen Vorbericht nötig. Nun muss ich aber den Leser bitten, für eine ganze Weile meine Interessen zu den Seinigen zu machen und sich mit mir in die kleinsten Einzelheiten meines Lebens zu versinken. Denn solche Übertragung fordert gebieterisch das Interesse für die versteckte Bedeutung der Träume. Vorbericht Im Sommer 1895 hatte ich eine junge Dame psychoanalytisch behandelt, die mir und den meinigen freundschaftlich sehr nahe stand. Man versteht es, dass solche Vermengung der Beziehungen zur Quelle mannigfacher Erregungen für den Arzt werden kann, zumal für den Psychotherapeuten. Das persönliche Interesse des Arztes ist größer, seine Autorität geringer. Ein Misserfolg droht die alte Freundschaft mit den Angehörigen des Kranken zu lockern. Die Kur endete mit einem teilweisen Erfolg. Die Patientin verlor ihre hysterische Angst, aber nicht alle ihre somatischen Symptome. Ich war damals noch nicht recht sicher in den Kriterien, welche die endgültige Erledigung einer hysterischen Krankengeschichte bezeichnen. Und ich mutete der Patientin eine Lösung zu, die ihr nicht annehmbar erschien. In solcher Uneinigkeit brachen wir der Sommerzeit wegen die Behandlung ab. Eines Tages besuchte mich ein jüngerer Kollege, einer meiner nächsten Freunde, der die Patientin, Irma und auch ihre Familie in ihrem Land Aufenthalt besucht hatte. Ich fragte ihn, wie er sie gefunden habe. Und ich bekam die Antwort, es geht ihr besser, aber nicht ganz gut. Ich weiß, dass mich die Worte meines Freundes Otto oder der Ton, in dem sie gesprochen waren, ärgerten. Ich glaubte, einen Vorwurf herauszuhören, etwa, dass ich der Patientin zu viel versprochen hätte und führte, ob mit Recht oder Unrecht, die vermeintliche Parteinahme Ottos gegen mich auf den Einfluss von Angehörigen der Kranken zurück, die, wie ich annahm, meine Behandlung nie gerne gesehen hatten. Übrigens wurde mir meine peinliche Empfindung nicht klar. Ich gab ihr auch keinen Ausdruck. Am selben Abend schrieb ich noch die Krankengeschichte Irmers nieder, um sie, wie zu meiner Rechtfertigung, dem Dr. M., einem gemeinsamen Freunde der damals tonangebenden Persönlichkeit in unserem Kreise, zu übergeben. In der auf diesen Abend folgenden Nacht, wohl eher am Morgen, hatte ich den nachstehenden Traum, der unmittelbar nach dem Erwachen fixiert wurde. Traum vom 23. zum 24. Juli 1895 Eine große Halle. Viele Gäste, die wir empfangen. Unter ihnen Irma, die ich sofort beiseite nehme, um gleichsam ihren Brief zu beantworten, ihr Vorwürfe zu machen, dass sie die Lösung noch nicht akzeptiert. Ich sage ihr, wenn du noch Schmerzen hast, so ist es wirklich nur deine Schuld. Sie antwortet, wenn du wüsstest, was ich für Schmerzen jetzt habe im Hals, Magen und Leib. Es schnürt mich zusammen. Ich erschrecke und sehe sie an. Sie sieht bleich und gedunsen aus. Ich denke, am Ende übersehe ich da noch etwas Organisches. Ich nehme sie zum Fenster und schaue ihr in den Hals. Dabei zeigt sie etwas sträuben, wie die Frauen, die ein künstliches Gebiss tragen. Ich denke mir, sie hat es doch nicht nötig. Der Mund geht dann auch gut gut auf und und ich finde rechts einen großen Fleck. Und anderwärts sehe ich an merkwürdigen Krausengebilden, die offenbar den Nasenmuscheln nachgebildet sind, ausgedehnte, weißgraue schorfe. Ich rufe schnell Dr. M hinzu, der die Untersuchung wiederholt und bestätigt. Dr. M sieht ganz anders aus als sonst. Er ist sehr bleich, hinkt, ist am Kinn Bad los. Mein Freund Otto steht jetzt auch neben ihr und Freund Leopold perkutiert sie über dem Leibchen und er sagt, sie hat eine Dämpfung links unten, weist auch auf eine infiltrierte Hauptpartie an der linken Schulter hin, was ich trotz des Kleides wie er spüre. M sagt, kein Zweifel, es ist eine Infektion, aber es macht nichts. Es wird noch Dysenterie hinzukommen und das Gift sich ausscheiden. Wir wissen auch unmittelbar, woher die Infektion rührt. Freund Otto hat ihr unlängst, als sie sich unwohl fühlte, eine Injektion gegeben mit einem Propyl Präparat, Propylen, Propionsäure, Trimethylamin, dessen Formel ich fettgedruckt vor mir sehe. Man macht solche Injektionen nicht so leichtfertig. Wahrscheinlich war auch die Spritze nicht rein. Dieser Traum hat vor vielen anderen eines voraus. Es ist sofort klar, an welche Ereignisse des Tages er anknüpft und welches Thema er behandelt. Der Vorbericht gibt hierüber Auskunft. Die Nachricht, die ich von Otto über Irmers Befinden erhalten, die Krankengeschichte, an der ich bis tief in die Nacht geschrieben, haben meine Seelentätigkeit auch während des Schlafes beschäftigt. Trotzdem dürfte niemand, der den Vorbericht und den Inhalt des Traumes zur Kenntnis genommen hat, ahnen können, was der Traum bedeutet. Ich selbst weiß es auch nicht. Ich wundere mich über die Krankheitssymptome, welche Irmer im Traum mir klagt, da es nicht dieselben sind, wegen welcher ich sie behandelt habe. Ich lächle über die unsinnige Idee einer Injektion mit Propionsäure und über den Trost, den Dr. M. ausspricht. Der Traum scheint mir gegen sein Ende hin dunkler und gedrängter als zu Beginn. Um die Bedeutung von alledem zu erfahren, muss ich mich zu einer eingehenden Analyse entschließen. Analyse Beginnen wir mit dem ersten Bild. Die Halle. Viele Gäste, die wir empfangen. Wir wohnten in diesem Sommer auf der Bellevue, einem einzeln stehenden Hause auf einem der Hügel, die sich an den Kalemberg anschließen. Dies Haus war ehemals zu einem Vergnügungslokal bestimmt, hat hiervon die ungewöhnlich hohen hallenförmigen Räume. Der Traum ist auch auf der Bellevue vorgefallen und zwar wenige Tage vor dem Geburtsfeste meiner Frau. Am Tage hatte meine Frau die Erwartung ausgesprochen, zu ihrem Geburtstag würden mehrere Freunde und darunter auch Irma als Gäste zu uns kommen. Mein Traum antizipiert also diese Situation. Es ist der Geburtstag meiner Frau und viele Leute, darunter Irma, werden von uns als Gäste in der großen Halle der Bellevue empfangen. Ich mache Irma Vorwürfe, dass sie die Lösung nicht akzeptiert hat. Ich sage, wenn du noch mehr Schmerzen hast, ist es deine eigene Schuld. Das hätte ich ihr auch im Wachen sagen können oder habe es ihr gesagt. Ich hatte damals die später als unrichtig erkannte Meinung, dass meine Aufgabe sich darin erschöpfe, den Kranken den verborgenen Sinn ihrer Symptome mitzuteilen. Ob sie diese Lösung dann annehmen oder nicht, wovon der Erfolg abhängt, dafür sei ich nicht mehr verantwortlich. Ich bin diesem jetzt glücklich überwundenen Irrtum dankbar dafür, dass er mir die Existenz zu einer Zeit erleichtert, da ich in all meiner unvermeidlichen Ignoranz Heilerfolge produzieren sollte. Ich merke aber an dem Satz, den ich im Traum zu Irma spreche, dass ich vor allem nicht schuld sein will an den Schmerzen, die sie noch hat. Wenn es Irmas eigene Schuld ist, dann kann es nicht meine sein. Sollte in dieser Richtung die Absicht des Traums zu suchen sein? Irmas Klagen, Schmerzen im Hals, Leib und Magen, es schnürt sie zusammen. Schmerzen im Magen gehörten zum Symptomkomplex meiner Patientin. Sie waren aber nicht sehr vordringlich. Sie klagte eher über Empfindungen von Übelkeit und Ekel. Schmerzen im Hals, im Leib, Schnüren in der Kehle spielten bei ihr kaum eine Rolle. Ich wundere mich, warum ich mich zu dieser Auswahl der Symptome im Traum entschlossen habe. Kann es auch für den Moment nicht finden. Sie sieht bleich und gedunsen aus. Meine Patientin war immer rosig. Ich vermute, dass sich hier eine andere Person ihr unterschiebt. Ich erschrecke im Gedanken, dass ich doch eine organische Affektion übersehen habe. Wie man wie man gerne glauben wird, eine nie erlöschende Angst beim Spezialisten, der fast ausschließlich Neurotiker sieht oder so viele Erscheinungen auf Hysterie zu schieben gewohnt ist, welche andere Ärzte als organisch behandeln. Andererseits beschleicht mich, ich weiß nicht woher, ein leiser Zweifel, ob mein Erschrecken ganz ehrlich ist. Wenn die Schmerzen Irmas organisch begründet sind, so bin ich wiederum zu deren Heilung nicht verpflichtet. Meine Kur beseitigt ja nur hysterische Schmerzen. Es kommt mir also eigentlich vor, als sollte ich einen Irrtum in der Diagnose wünschen. Dann wäre der Vorwurf des Misserfolgs auch beseitigt. Ich nehme sie zum Fenster, um ihr in den Hals zu sehen. Sie sträubt sich ein wenig, wie die Frauen die falsche Zähne tragen. Ich denke mir, sie hat es ja doch nicht nötig. Bei Irma hatte ich niemals Anlass, die Mundhöhle zu inspizieren. Der Vorgang im Traum erinnert mich an die vor einiger Zeit vorgenommene Untersuchung einer Gouvernante, die zunächst den Eindruck von jugendlicher Schönheit gemacht hatte, beim Öffnen des Mundes aber gewisse Anstalten traf, um ihr Gebiss zu verbergen. An diesen Fall knüpften sich andere Erinnerungen an ärztliche Untersuchungen und an kleine Geheimnisse, die dabei keinem von beiden zur Lust enthüllt werden. Sie hat es doch nicht nötig. Dies ist wohl zunächst ein Kompliment für Irma. Ich vermute aber noch eine andere Bedeutung. Man fühlt es bei aufmerksamer Analyse, ob man die zu erwartenden Hintergedanken erschöpft hat oder nicht. Die Art, wie Irma beim Fenster steht, erinnert mich plötzlich an ein anderes Erlebnis. Irma besitzt eine intime Freundin, die ich sehr hoch schätze. Als ich eines Abends bei ihr einen Besuch machte, fand ich sie in der im Traum reproduzierten Situation beim Fenster. Und ihr Arzt, derselbe Dr. M., erklärte, dass sie einen diphteritischen Belag habe. Die Person des Dr. M. und der Belag kehren ja im Fortgang des Traumes wieder. Jetzt fällt mir ein, dass ich in den letzten Monaten allen Grund bekommen habe, von dieser anderen Dame anzunehmen, sie sei gleichfalls hysterisch. Ja, Irma selbst hat es mir verraten. Was weiß ich aber von ihren Zuständen? Gerade das eine, dass sie an hysterischem Wirgen leidet, wie meine Irma im Traum. Ich habe also im Traum meine Patienten durch ihre Freundin ersetzt. Jetzt erinnere ich mich. Ich habe oft mit der Vermutung gespielt, diese Dame könnte mich gleichfalls in Anspruch nehmen, sie von ihren Symptomen zu befreien. Ich hielt es aber dann selbst für unwahrscheinlich, denn sie ist von sehr zurückhaltender Natur. Sie sträubt sich, wie es der Traum zeigt. Eine andere Erklärung wäre, dass sie es nicht nötig hat. Sie hat sich wirklich bisher stark genug gezeigt, ihre Zustände ohne fremde Hilfe zu beherrschen. Nun sind noch einige Züge übrig, die ich weder bei der Irma noch bei ihrer Freundin unterbringen kann. Bleich, Gedunsen, falsche Zähne Die falschen Zähne führte mich auf jene Gouvernante. Ich fühlte mich nun geneigt, mich mit schlechten Zähnen zu begnügen. Dann fällt mir eine andere Person ein, auf welche jene Züge anspielen können. Sie ist gleichfalls nicht meine Patientin und ich möchte sie nicht zur Patientin haben, da ich gemerkt habe, dass sie sich vor mir geniert und ich sie für keine gefügige Kranke halte. Sie ist für gewöhnlich bleich und als sie einmal eine besonders gute Zeit hatte, war sie gedunsen. Ich habe also meine Patientin Irma mit zwei anderen Personen verglichen, die sich gleichfalls der Behandlung sträuben würden. Was die andere wäre klüger würde also eher nachgeben. Der Mund geht dann auch gut auf. Sie würde mehr erzählen als Irma was ich im Halse sehe einen weißen Fleck und verschorfte Nasenmuscheln. Der weiße Fleck erinnert an Defteritis und somit an Irmas Freundin. Außerdem aber an die schwere Erkrankung meiner ältesten Tochter vor nahezu zwei Jahren und an all den Schreck jener bösen Zeit. Die Schorfe an den Nasenmuscheln mahnen an eine Sorge um meine eigene Gesundheit. Ich gebrauchte damals häufig Kokain, um lästige Nasenschwellungen zu unterdrücken und hatte vor wenigen Tagen gehört, dass eine Patientin, die es mir gleich tat, sich eine ausgedehnte Nekrose der Nasenschleimhaut zugezogen hatte. Die Empfehlung des Kokains, die 1885 von mir ausging, hat mir auch schwerwiegende Vorwürfe eingetragen. Ein teurer, 1895 schon verstorbener Freund hatte durch den Missbrauch dieses Mittels seinen Untergang beschleunigt. Ich rufe schnell Dr. M hinzu, der die Untersuchung wiederholt. Das entspräche einfach der Stellung, die M unter uns einnahm. Aber das schnell ist auffällig genug, um eine besondere Erklärung zu fordern. Es erinnert mich an ein trauriges ärztliches Erlebnis. Ich hatte einmal durch die fortgesetzte Ordination eines Mittels, welches damals noch als harmlos galt, nämlich Sulfonal, eine schwere Intoxikation bei einer Kranken hervorgerufen und wandte mich dann eiligst an den erfahrenen älteren Kollegen um Beistand. Dass ich diesen Fall wirklich im Auge habe, wird durch einen Nebenumstand erhärtet. Die Kranke, welche der Intoxikation erlag, führte denselben Namen wie meine älteste Tochter. Ich hatte bis jetzt niemals daran gedacht. Jetzt kommt es mir beinahe wie eine Schicksalsvergeltung vor, als sollte sich die Ersetzung der Personen in anderem Sinne fortsetzen. Diese Mathilde für jene Mathilde Aug um Aug Zahn um Zahn Es ist, als ob ich alle Gelegenheiten hervorsuchte, aus denen ich mit dem Vorwurf mangelnder ärztlicher Gewissenhaftigkeit machen kann. Dr. M ist bleich, ohne Bart am Kinn und hinkt. Davon ist so viel richtig, dass sein schlechtes Aussehen häufig die Sorge seiner Freunde erweckt. Die beiden anderen Charaktere müssen einer anderen Person angehören. Es fällt mir mein im Auslande lebender älterer Bruder ein, der das Kinn rasiert trägt und dem, wenn ich mich recht erinnere, der M des Traumes im Ganzen ähnlich sah. Über ihn kam vor einigen Tagen die Nachricht, dass er wegen einer arthritischen Erkrankung in der Hüfte hinke. Es muss einen Grund haben, dass sich die beiden Personen im Traume zu einer einzigen Verschmelze. Ich erinnere mich wirklich, dass ich gegen beide aus ähnlichen Gründen missgestimmt war. Beide hatten einen gewissen Vorschlag, den ich ihnen in der letzten Zeit gemacht hatte, zurückgewiesen. Freund Otto steht jetzt bei der Kranken und Freund Leopold untersucht sie und weist eine Dämpfung links unten nach. Freund Leopold ist gleichfalls Arzt, ein Verwandter von Otto. Das Schicksal hat die beiden, da sie dieselbe Spezialität ausüben, zu Konkurrenten gemacht, die man beständig miteinander vergleicht. Sie haben mir beide Jahre hindurch assistiert, als ich noch eine öffentliche Ordination für nervenkranke Kinder leitete. Szenen, wie die im Traum reproduzierte, haben sich dort oftmals zugetragen. Während ich mit Otto über die Diagnose eines Falls debattierte, hatte Leopold das Kind neuerdings untersucht und einen unerwarteten Beitrag zur Entscheidung beigebracht. Es bestand eben zwischen ihnen eine ähnliche Charakterverschiedenheit wie zwischen dem Inspektor Bräsig und seinem Freunde Karl. Der eine tat sich durch Fixigkeit hervor, der andere war langsam, bedächtig, aber gründlich. Wenn ich im Traume Otto und den vorsichtigen Leopold einander gegenüber stelle, so geschieht es offenbar, um Leopold herauszustreichen. Es ist ein ähnliches Vergleichen wie oben zwischen der unfolgsamen Patientin Irma und ihrer für klüger gehaltenen Freundin. Ich merke jetzt auch eines der Gleise, auf denen sich die Gedanken Verbindung im Traume fortschiebt. Vom Krankenkind zum Kinderkranken Institut. Die Dämpfung links unten. Die Dämpfung links unten macht mir den Eindruck, als entspräche sie allen Details eines einzelnen Falls, in dem mich Leopold durch seine Gründlichkeit frappiert hat. Es schwebt mir außerdem etwas vor wie eine metastatische Affektion, aber es könnte auch eine Beziehung zu der Patientin sein, die ich anstelle von Irma haben möchte. Diese Dame imitiert nämlich, soweit ich es übersehen kann, eine Tuberkulose. Eine infiltrierte Hautpartie an der linken Schulter. Ich weiß sofort, das ist mein eigener Schulterrheumatismus, den ich regelmäßig verspüre, wenn ich bis tief in die Nacht wach geblieben bin. Der Wort laut im Traume klingt auch so zweideutig. Dort heißt es, was ich wie er spüre. Am eigenen Körper spüre ist gemeint. Übrigens fällt mir auf, wie ungewöhnlich die Bezeichnung infiltrierte Hautpartie klingt. An die Infiltration links hinten oben sind wir gewöhnt. Sie bezöge sich auf die Lunge und somit wieder auf Tuberkulose. Trotz des Kleides Das ist allerdings nur eine Einschaltung. Die Kinder im Krankeninstitut untersuchten wir natürlich entkleidet. Es ist irgendein Gegensatz zur Art, wie man erwachsene weibliche Patienten untersuchen muss. Von einem hervorragenden Kliniker pflegte man zu erzählen, dass er seine Patienten stets nur durch die Kleider physikalisch untersucht habe. Das Weitere ist mir dunkel. Ich habe offengesagt keine Neigung mich hier tiefer einzulassen. Dr. M sagt, es ist eine Infektion, aber es macht nichts. Es wird noch Dysenterie hinzukommen und das Gift sich ausscheiden. Das erscheint mir zuerst lächerlich, muss aber doch, wie alles andere, sorgfältig zerlegt werden. Näher betrachtet zeigt es doch eine Art von Sinn. Was ich an der Patientin gefunden habe, war eine lokale Diphteritis. Aus der Zeit, der Erkrankung meiner Tochter erinnere ich mich an die Diskussion über Diphteritis und Diphterie. Letztere ist die Allgemeininfektion, die von der lokalen Diphteritis ausgeht. Eine solche Allgemeininfektion weist Leopold durch die Dämpfung nach, welche also an metastatische Herde denken lässt. Ich glaube zwar, dass gerade bei Diphterie derartige Metastasen nicht vorkommen. Sie erinnern mich eher an Pyamie. Es macht nichts. Es macht nichts ist ein Trost. Ich meine, er fügt sich folgendermaßen ein. Das letzte Stück des Traumes hat den Inhalt gebracht, dass die Schmerzen der Patienten von einer schweren organischen Affektion herrühren. Es ahnt mir, dass ich auch damit nur die Schuld von mir abwälzen will. Für den Fortbestand diphteritischer Leiden kann die psychische Kur nicht verantwortlich gemacht werden. Nun geniert es mich doch, dass ich Irma ein so schweres Leiden andichte, einzig und allein, um mich zu entlasten. Es sieht so grausam aus. Ich brauche also eine Versicherung des guten Ausganges und es scheint mir nicht übel gewählt, dass ich den Trost gerade der Person des Dr. M. in den Mund lege. Ich erhebe mich aber hier über den Traum, was der Aufklärung bedarf. Warum ist dieser Trost aber so unsinnig? Dysenterie Irgendeine fernliegende theoretische Vorstellung, dass Krankheitsstoffe durch den Darm entfernt werden können. Will ich mich damit über den Reichtum des Dr. M. an weit hergeholten Erklärungen sonderbaren pathologischen Verknüpfungen lustig machen? Zu Dysenterie fällt mir noch etwas anderes ein. Vor einigen Monaten hatte ich einen jungen Mann mit merkwürdigen Stuhlbeschwerden übernommen, den andere Kollegen als einen Fall von Anämie mit Unterernährung behandelt hatten. Ich erkannte, dass es sich um eine Hysterie handele, wollte meine Psychotherapie nicht an ihm versuchen und schickte ihn auf eine Seereise. Nun bekam ich vor einigen Tagen einen verzweifelten Brief von ihm aus Ägypten, dass er dort einen neuen Anfall durchgemacht, den der Arzt für Dysenterie erklärt habe. Ich vermute zwar, die Diagnose ist nur ein Irrtum des unwissenden Kollegen, der sich von der Hysterie äffen lässt, aber ich konnte mir doch die Vorwürfe nicht ersparen, dass sich den Kranken in die Lage versetzt, sich zu einer hysterischen Darmaffektion etwa noch eine organische zu holen. Dysenterie klingt ferner an Dysenterie an, welcher Name im Traum nicht genannt wird. Ja, es muss so sein, dass ich mich mit der tröstlichen Prognose es wird noch Dysenterie hinzukommen und so weiter über Dr. M. lustig mache, denn ich entsinne mich, dass er einmal vor Jahren etwas ganz Ähnliches von einem Kollegen lachend erzählt hat. Er war zur Konsultation mit diesem Kollegen bei einem Schwerkranken berufen worden und fühlte sich veranlasst, dem anderen, der sehr hoffnungsfreudig schien, vorzuhalten, dass er beim Patienten Eiweiß im Hahn finde. Der Kollege ließ sich aber nicht irre machen, sondern antwortete beruhigt, das macht nichts, Herr Kollege, der Eiweiß wird sich schon ausscheiden. Es ist mir also nicht mehr zweifelhaft, dass in diesem Stück des Traumes ein Hohn auf die der Hysterie unwissenden Kollegen enthalten ist. Wie zur Bestätigung fährt mir jetzt durch den Sinn, weiß denn Dr. M., dass die Erscheinungen bei seiner Patientin, der Freundin Irmas, welche eine Tuberkulose befürchten lassen, auch auf Hysterie beruhen? Hat er diese Hysterie erkannt? Oder ist er ihr aufgesessen? Welches Motiv kann ich aber haben, diesen Freund so schlecht zu behandeln? Das ist sehr einfach. Dr. M. ist mit meiner Lösung bei Irma so wenig einverstanden wie Irma selbst. Ich habe also in diesem Traum bereits an zwei Personen Rache genommen. An Irma mit den Worten Wenn du noch Schmerzen hast, ist es deine eigene Schuld. Und an Dr. M. dem Wortlaut der ihm in den Mund gelegten unsinnigen Tröstung. Das also war der erste und der zweite Teil der Traumdeutung in ausgewählten Partien. Falls du Interesse bekommen hast weiterzuhören, dann schau doch einfach mal auf die Seite sprecher minus volkerbraumann.de Dort findest du das ganze Hörbuch. Wie übrigens auch die Traumdeutung in kompletter Lesung.